Ich kann auch einfach 18 minus 15 rechnen. Oder 18 minus 13. Das finde ich übermäßig kompliziert. Als ob du in Uhren denkst. Wir denken doch selbstverständlich. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, wie spät war es vor 13 Stunden und ich sehe eine Digital-Uhr, dann würde ich mir doch erst denken, wie spät war es denn vor 12 Stunden. Das ist einmal komplett rum sozusagen, da war es dann komplementär zu 18.30, 36. Ja, also ich bin da mehr so Onion-Ole-Sang. Ich bin auch, du bist ein Autist. Das nennt man Boomer. Wo ist es? Wo ist es? All unsere Töne? Muss sein kleiner. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke. Ich hab drei Leute hintereinander den gleichen Spot gehalten. Diese 1,4 hab ich auf den Spot gehalten. Ich wollte mir alle reingehauen. Was war das für eine Wunde? 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 Das hatte ich Ant definiert, um es behave. Sitze an & freeze. Und täte ein wenig Tre dalam. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020